Jetzt bitte nicht wieder stecken bleiben Äh tschüss Wagen War schön mit dir Hat er sich selbst in die Luft gesprengt der Typ denn hier drauf war? Nice Gute Arbeit Ah da hinten hält das Wägelchen ok Was machen wir denn da mal da machen wir das mal Wieso hat der keine Nachladesounds? Gibt mir gib mir gib mir ich benötige Energie Schwere Spasten. Ow. Okay. Nice. Okay, dann kann ich jetzt hier weiterfahren. Nehme ich mal stark an. Munition für Dinge, die ich noch nicht brauche, aber später gut gebrauchen kann. Das ist der Ego-Shooter-Song. Das ist immer gleich. Was für ein Scheiß, Alter. Wer baut so'n Dreck? Das ist der Ego-Shooter-Song. Okay, pass mal auf. Spiel speichern, zack. Nein. Nein, nein, nein. Schlechte Idee, schlechte Idee. Mein Gott. Das hat's jetzt gebracht. Ich habe natürlich auch keine Granaten mehr. Ich kann nur versuchen, da jetzt hoch, also rüber zu springen. Schlechter Versuch. So. Jetzt weiß ich, dass die da mit tausend Leuten am rummuggeln sind. Okay. Wie kann ich den Bunker da knacken? Ich habe keine Granaten. Ich lade immer direkt nach, ohne Geräusche. Nein, nein, nein. Da drückst du nach links, dann läuft der gegen die Wand, titscht hier weg. Ich denke, wir sind flummi. Nein. Komm her, komm ran her. So, wieder einer weniger. Vielleicht gehe ich mich nicht wieder. Okay. so dann ist er doch bestimmt gewesen ja was ist das kinder nix gibt hier scheißhaufen bitte drauf dich zu drehen hm 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 das hört sich an als wird hier alle mal scheißschwere raucher gewesen hm hm das ist jetzt nicht dein ernst das ist ja 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 ja